Aber wir kriegen ja als Abfall so viel Silikatkulver. Ich glaube, wir waren ziemlich gründlich. Flüsternes Ei, das machen wir einfach mal nicht. Voraussetzes Metallansammlung. Metall, voraussetzes Kupfer. 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 Achso, das ist hier, oder? Ne, sagt er mir nicht. Überall nur voraussetzes Metall. Kupfer. Gut, okay. Komm, wir gehen einfach zurück zum Raumschiff. Ich will trotzdem mal gucken, was flüstende Ei. Ich gucke mir das mal einfach an. Weil, äh, was? Ach, deswegen. Gut, okay. Da ist das flüstende Ei, wenn ich das... Ich glaube... Ne, komm, wir lassen es sein. Das war früher immer eine ganz schlechte Idee und so dringend haben wir es einfach nicht nötig. Was war das für einer? Ich abstürzen, bitte. Ja. Bitte, geh weg. Ja, hallo. Sagst du mir bitte nochmal, was das da für ein Planet ist? Äh, brauche ich überhaupt nicht. Aber irgendwo noch... Einen anderen, weiter entfernten Planeten. Irgendwas. Oder sollen wir... Müssen wir echt weiterspringen? Was ist mit dem hier? Und dann springen wir mal dahin. Wenn hier einfach keine sind, dann springen wir einfach mal weiter. Die Meilensteine sind ja egal. In welcher Reihenfolge meine ich. Egal sind die nicht. Deswegen machen wir das Ganze. Ich brauche davon überhaupt nichts. Ja. Ja. Die Epposition. Richtig. Ich bin gerade bei den letzten Zügen von Phase 3. Ich muss jetzt aber noch schnell irgendwie ein paar Piraten auf mich aufmerksam machen. Aber im Moment sieht es schlecht aus. Ich vergeute da ein bisschen Treibstoff und ein bisschen Zeit. Das heißt also, ich gehe mal zurück. Sag mal. Aber wenn du dich auskennst, kannst du mir vielleicht sagen, wo ich denn in dieser Expedition die Anomalie finde? Weil irgendwie bin ich schon ziemlich weit und war noch nie in der Anomalie. Also mit meinem Hautspielstand, klar. Da wird man ja hingeführt. Aber hier irgendwie noch nicht. Und es wäre ganz schön, wenn ich die Vorteile also auch hätte. Mit X rufen? Auch wenn ich noch nie da war? Ach, das gibt es doch gar nicht. Ach so, planetare Störung, klar. Äh. Okay. Ja, super. Also, ich mache jetzt erstmal das hier. Ne, da wollte ich ja gar nicht hin. Äh, warte mal. Fliegen wir mal erstmal in den freien Raum. Wo ist denn der Planet? Egal, der ist auf jeden Fall nicht hier. Die kann man einfach rufen, auch wenn man noch nie da war. Du hast mich gerade, du hast mich gerade gerettet. Vielen, vielen lieben Dank. Siehst du mal, da merkt man, dass ich lange Zeit da nicht mehr drin war. Wow, wie toll. Super. Man kann die einfach rufen. Wer kommt denn auf sowas? Mann. Wow. Was ich aber jetzt mache, ist... Warte mal. Kann ich... Ich schnappe mir mein Multi-Werkzeug. So. Und... Technologie verschieben. Geht das? Kann ich das einfach? Ich will nicht installieren. Ich will es verschieben. Aha. Das heißt also, ich kann nicht ausbauen. Oder? Aha. Warte mal. Weil... Na. Den würde ich ja gerne behalten. Den da. Na. Na. Ja, komm. Egal, wir steigen mal aus. Wo? Weil meine Twitch-Shops wollte ich ja nicht... Ja, ist ja gut. So. Die kann ich ja ruhig mal hier. Ist der das? Ja. Nein. Mhm. So. Ja. Ja, vergleichen. Wenn ich es der Sammlung hinzufüge. Ich kann nicht einfach... Der ist schon so viel geiler. Wir nehmen sie mal. Und jetzt gucke ich mal, wie ich damit zurechtkomme. Nee, es geht nicht, ne? Gut, ist aber kein Problem. Na, da haben wir es doch schon. Dann, dankeschön. Und dann brauchen wir noch den Tarani. Aha, gut. Ja, so. Komma zwei, oder? Ich habe es vergessen. Mal mal gucken. Mal gucken. Also manchmal ist die Steuerung so ein bisschen, ja. Oh, ja. Zack, zack. Jetzt gucken wir mal. Wir hatten doch noch was. Wir können ja jetzt wirklich alles. Schubdüsen, Schild. Ja, haben wir doch irgendwas für den... Aha. Jawohl. Ja. Super. Warten wir, wenn wir die dann auch noch dahin machen. Ja, das gehört auch zusammen. So. Ja. Wow. Nochmal gucken. Haben wir sonst noch was dafür? Wir haben... Multi-Werkzeug. Ja, super. Noch mehr Scanner. Warum nicht? Aha. Ich... Ich... Ich hasse es. So, jetzt nochmal. Was haben wir dann noch? Raumschiff. 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 Ähm... Wir schnappen uns auch das andere Raumschiff. So. Ähm... Da habe ich so einen extra Anzug aus den Überschreibungen. Den nehmen wir natürlich auch. Und... Das hier. Vergleichen. Äh... Ja, äh... Ne? Ja, das ist... Ähm... Brauchen wir nicht drüber nachzudenken. Zeugs haben wir ja alles. Ist da irgendwas? Was ist das? Verdächtiges... Neutro... Ja, gut. Das ist egal. Eintauschen. Äh... Beanspruchen. So. Jetzt gucken wir mal schnell. Ja, das ist es. Oder? Ja. Ich weiß jetzt nicht. Oh. Ähm, ja. So. Ich habe gar nicht mal so dringend... Ist das jetzt die... Ah, das ist immer noch die alte. Okay. Gut. Warte. Mhm. Äh... Ja, super. Lass mich raten. Alles, was ich drin hatte... Ist jetzt weg, ne? Aha. Ja, ich bin so gut. Ich bin so klug. K-L-U-K. Na gut, aber die andere können wir ja auch rufen. Komm. Egal. Wir fliegen einfach weiter. Jetzt mit der neuen. So. Platin, immer gut. So. Wo ist denn jetzt unsere... Da. Ne. Das ist was. Das ist nicht unsere. Das ist... Das ist unsere. Das ist niemals unsere. Ne. Doch. Ähm. Der ist zu groß. Niemals. Ähm. Ähm. Das ist doch nicht unser Frachter. Landen wir einfach mal. Macht er nicht. Ja. Hm. Nochmal. Ja, aber nicht unser Hauptschiff. Ich bin aber auch zu blöd dafür, ne? Ja, komm. Jetzt hör auf. Hör auf. Das ist nicht unser Hauptschiff. Eben. Der ist viel zu groß. Okay. Mhm. oder warte mal ja sag mal b 71 millionen im moment nicht irgendwie hat es mir auch den spielstand so ein bisschen verpackt weil ich auch kleinen moment ich bin sofort wieder da so wieder da die ich musste nur kurz die post entgegennehmen so gibt es etwas ähnliches wie ein lande computer oder so was verdient damals es ist echt meine frage wo ist denn mein frachter ich meine wäre nicht schön wenn der jetzt weg wäre das ist das das ist wieder der wo sind meine der müsste eigentlich irgendwo da sein ne will ich nicht aha da ist es doch ist das mein hier kann ich auch mit x rufen mhm dann ja gut okay äh da rüber ja zack ja müssen wir sind weiter weg das ist immer zweimal der gleiche trick und ich habe ihn beide mal ja doch er hat das im fragtag habe ich sogar schon mal gesehen ja was ist denn warum warum labert der die ganze zeit ist das dein hauptschiff da ist es doch mein gott ja genau was ich eben sagen wollte der spielstand ist ein bisschen zerballert das heißt ich habe zwar einen teleporter raum den ich nie gebaut habe irgendwo auf dem schiff ich finde ihn nicht und er hat keine ausgänge und sonstige gänge zur außenwelt und ja das ist sehr sehr unangenehm ich muss wieder raus ich muss wieder raus ich muss wieder raus feindlicher scan entdeckt komm sag es nochmal komm komm ja ja nicht da rein fliegen komm feindlicher scannt wo ist er ach komm mann genau falsch so so und jetzt bin ich mal gespannt nein nein ich kann es na komm nicht wollte ich gar nicht so also äh x was egal x x so m so ist der pompe alles nicht oh so ist ja egal ah hier da wichtig können wir das noch irgendwo ja da so und jetzt steigen wir aus nein 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 so jetzt wollte ich auch nicht aber egal so wir gucken mal das ist das neue was wir haben so wir gucken jetzt erst mal frachter äh genau kommt in den in das raumschiff äh fregattenmodul gut das ist was ganz anderes für die neutronen kanone ist für acht für das funktioniert das neutronen kann und hat moment noch mal nee das machen wir nicht so noch mal frachter ja okay so öffnen öffnen gut was nochmal okay okay ja 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 so dann hatten wir hier das lager gut lagerbehälter lagerbehälter da ist nichts gut okay raumschiff ne das da waren wir ja ex-dingsbums anzug so ähm ahja komm zack wir rüsten solange wir können alles aus passt so und noch mal abwehrschild des raumschiffs okay sehr schön was macht der ja super exo anzug was haben wir noch ja komm so start schub düsen mach mal hier mach ich was frei komm dann war da noch irgendwas ähm schild schild 30 15 uhr kann ja nichts mehr passieren ne das da wollte ich wieder nicht exo anzug impulsantrieb ja klar letztes mal noch haben wir noch module oder irgendwas zum auspacken nein das ist natronenkanäle 0 die habe ich nicht genau das war das das können wir verkaufen vielleicht brauchen wir es auch so gut so dann steigen wir aus und bauen noch diesen einen raum wie gesagt das mit meinem na egal wir haben jetzt ein mega schiff also erst mal ja stimmt ja ja werde ich dann auch noch mal um um switchen so was wollte ich machen genau jetzt müssen wir wieder einen raum bauen äh nein ja will ich auch ähm aber erst mal gucken nochmal expedition da das hier war die piraten das machen wir gleich flotten muss ich auch noch machen äh scanner raum ja ja ein ionenakku ist kein problem ha so mal gucken ob wir jetzt wieder was sinnvolles hinkriegen na ganz ehrlich ne das ist doch alles völlig kaputt machen wir ihn dahin machen wir ihn dahin wo habe ich ihn jetzt hin gemacht hilfe ich verlaufe mich das ist komplett kaputt ich habe ja die hoffnung dass ich irgendwann in meinen teleporter raum wieder reinkomme da ist ein eingang ah ne das ist nur ein fenster das ist völlig kaputt irgendwie gab es ein update und in dem moment ja genau was soll denn das sein war alles hinüber ja ich hole die ja ab ich komme ja gleich was ist das denn da hoch ja nein so große raffinerie das ist das das scannermodul aber hier kam nichts dazu äh hallo ähm achso ja klar deswegen hier so was ist das doch das ist ganz neu aha okay das ist auch jetzt plötzlich erschienen ja immer gerne hier ist backseat gaming jederzeit erlaubt immer raus damit das ist der lagerbehälter ja 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 okay aber immer noch nicht der scanner raum wie gesagt ich habe das nicht so gebaut was ist denn das da oben das war ich alles nicht guck mal das sind blödsinn ich bin das nicht gewesen was ist denn das ich habe das Gefühl irgendjemand würde meinen bitte nicht nochmal durch also ich komme mit dem Frachter wirklich nicht klar aha das ist das hier wieder gut scanner raum finde ich nie wieder ich habe das nicht gebaut ich sage es nochmal moment noch mal von außerhalb das baumenü auf in dem dann das moment also ich gehe ich bin jetzt draußen baumen ja ja b ähm ja ich versuche mal silber haben wir jetzt genug ich schnappe mir dann mal einfach eine tür und dann b ja die baukamera war mir bis jetzt nicht bekannt das ist moment ähm ja so hier können wir keins so wenn ich es nur finden würde weil das hier ist ja irgendwie alles zusammen das mal ganz kurz gucken aha ja da schauen wir so das probiere ich jetzt mal das war auch sehr 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 guten ah das geht genau das habe ich mich vermutet so ich hoffe mal dass das jetzt schon mal was war ich hoffe es aus grünzeugs bei irgendeinem grünzeug habe ich ja jetzt aha aha ne kann ich nicht so mh ne ach das wächst noch so so das da hier geht's raus dann machen wir es noch mal y shot tür ähm das geht hier das war nicht da ne ne das war nicht da wo war das denn jetzt oh mein oh mein god ich baue überall shot türen hinter ja ja jetzt ist leider also ne super der tipp ist klasse ähm das ist nie da wo ich hin will oder so genau wie kommt man denn da rein ähm ja das wäre das ding wenn man da hilfe was ist es so dermaßen durch und wie gesagt ich habe einen teleporter raum aber der hat keine tür und auch keine möglichkeit eine tür zu setzen sehe ich von außen irgendwie was was ist wer hat denn diese gangways alle gebaut na gut das da kann ja schon was helfen so ich gucke jetzt mal gerade wo diese gangways hingehen aber genau das mache ich jetzt auch mal optionen netzwerk äh kann basis teile hinzufügen das ist es nicht äh wo finde ich das multiplayer nein äh niemand genau netzwerk reicht das schon alles klar super so viel zukunft können wir das machen so ne raus will ich auf keinen fall was 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 ist denn jetzt da passiert da passiert da hat jemand echt total wildes blödes zeug gebaut und wenn ich das richtig weiß kann man es nicht abbauen ah moment netzwerk ah ja niemand genau so kann ich abreißen ne oder warte mal ist ja egal was ich mache B Frauen das müsste dann auch gehen warte mal also nochmal y baumenü dann kann ich hier schon c ach ich habe sie gerade entfernt die teleportkammer ja super das reicht mir schon ich möchte jetzt eigentlich nicht wow das ist mir jetzt egal auch wenn es schlimm aussieht jetzt will ich erstmal da ist sie so jetzt will ich nur noch wissen wie man da reinkommt das lässt mich raten schon wieder das weiß ich wie man abbaut das ist ja gut danke wer hat denn das gemacht war ich das das ist völliger blödsinn nein äh y c was soll das denn das ist mir das ist mir das ist mir ist mir